Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update-Video. Momentan traden wir bei ungefähr 20.750 US-Dollar, wenig Bewegung. Trotzdem gibt es bei den Börsen ein bisschen unterschiedliche Kurse. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Außerdem droht uns möglicherweise ein Crash. Die Frage können wir vielleicht noch nicht ganz beantworten. Trotzdem blicken wir auf den Daily und auf den Weekly Close. Doch bevor wir starten, gerne den Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen, wenn ihr hier Bock auf Austausch habt oder eure Charts posten wollt. Könnt ihr das hier gerne machen und damit auch genug Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 20.750 US-Dollar. Wenig Bewegung, trotzdem. Und da werfen wir jetzt mal ein Auge drauf. Wir haben jetzt hier den Bybit-Chart. Wir waren hier bis auf 21.500 US-Dollar. Jetzt gehen wir mal auf den BingX-Chart. Da waren wir eben nur bei 21.250 US-Dollar. Also man sieht hier schon 250 US-Dollar Unterschied. Außerdem haben wir bei BingX. Und nachdem BingX mit Binance die Kurse ein bisschen gekoppelt hat, haben wir hier sogar fast nochmal ein höheres Hoch reingekriegt. Also da gilt es ein bisschen aufzupassen. Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich poste momentan keine Short-Setups. Einerseits ist das Risk so hoch. Andererseits haben wir auf verschiedenen Börsen verschiedene Hochs. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Bybit-Tradet oder keine Ahnung, KuCoin oder Sonstiges, passen die Setups einfach momentan nicht überein. Und das ist jetzt ein bisschen so das Gefährliche, weshalb es hier ein bisschen aufzupassen gilt. Und da möchte ich jetzt einfach nicht irgendwie Leute hier in irgendwelche Bewegungen reinzwecken. Wir haben ja gestern schon mal hier das große Golden Pocket angelegt. Wir ziehen jetzt nochmal das kleinere Golden Pocket. Und da sehen wir schon, okay, der Bereich hier 18.200, 18.300 US-Dollar. Das ist so die Marke, die ich gerne nochmal antesten würde. Darüber haben wir ja gestern schon mal drüber gesprochen. Das ist einfach nochmal das Golden Pocket hier einfach nochmal zu testen. Als Support zu testen vor allen Dingen. und von hier aus sage ich nochmal eine Gegenbewegung nach oben hin zu starten. Das wäre eigentlich so das Wunschszenario mit natürlich einem höheren Hoch. Aber wirklich auf Schlusskurs, nicht nur mit einem 4-Stunden-Close. Wirklich Daily- oder Weekly-Close mit einem höheren Hoch. Dann können wir uns sicher sein, dass zumindest die Reise nach oben hin fortgesetzt wird. Weil momentan, wir haben den FTX-Crash gefüllt. Wir haben die Liquidität da oben abgeholt. Und wir haben noch kein höheres Hoch gebildet. Und da blicken wir jetzt mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, damit ihr wisst, was ich meine. Und zwar sehen wir hier ganz gut bei Bitcoin, wir haben hier wirklich hier oben nur diese Supply-Zone hier oben abgearbeitet. Das sieht man auch ganz gut, wenn wir jetzt in den 3-Tages-Chart gehen. Da sieht man nämlich die Supply deutlich, deutlich besser. Das ist hier dieser Bereich. Das ist die Supply. Da sind wir reingekommen. Die Liquidität wurde abgegriffen. Bei BingX noch nicht so hoch wie bei, sage ich mal, vor dem FTX-Crash. Und bei Bybit hatten wir eben dieses Hochschul. Das heißt, bei Bybit wurde die Liquidität vorm FTX-Crash abgeholt. Bei Binance und BingX zum Beispiel sind wir einfach nur in diese Supply-Zone reingekommen. Das heißt, wir haben noch Potenzial, bis 21.500 US-Dollar auf jeden Fall hochzukommen, was die Liquidität hier unten eben anbelangt. Und da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Das ist eben der Grund, warum ich momentan noch keine Short-Positionen hier aufmachen möchte, beziehungsweise keine öffentlichen in die Gruppe posten möchte. Weil das Risiko einfach zu hoch ist, dass wir nochmal ein WIG bis mindestens 21.500 auf Binance und auf BingX auf jeden Fall kriegen. Und Bybit, ganz ehrlich, da kann es ja keine Ahnung, 21.800, 21.900 gehen. Und dann, wenn ich den Stop-Loss relativ eng setzen würde, würde der bei Bybit ausgestoppt werden, während die anderen Positionen noch laufen. Und da ist das Risiko ein bisschen zu hoch. Da warten wir jetzt einfach mal ein bisschen ab. Weekly-Close wäre wichtig, über eben diesen 21.500 US-Dollar zu bekommen. Ansonsten haben wir uns einfach nur in dieser Supply-Zone die Liquidität geholt. Einerseits im Weekly-Timeframe sieht man das ganz gut, haben wir hier eine Supply-Zone und natürlich auch in diesem 3-Tages-Chall auch die Supply-Zone. Das heißt, bisher haben wir nur den FTX-Crash einfach niedergemacht. Wir haben die Liquidität geholt. Es ist noch nicht vorbei. Und das ist eben, klingt zwar jetzt ein bisschen beschissen, aber ich möchte euch hier einfach nur ein bisschen auf den Boden der Tatsache ein bisschen zurückholen, weil doch manche, oh ja, wir sind jetzt im Bullrun und so, noch sind wir das nicht. Wir müssen hier wirklich über diese 21.500 besser, habe ich ja gestern schon gesagt, die 22.800 US-Dollar kommen. Dann sieht die Sache besser aus. Ansonsten blicken wir in den 1-Stunden-Timeframe, schauen uns hier nochmal den Traders-Reality-Indikator an und sehen natürlich unseren Psy-Range sehr, sehr eng. Liegt zwischen 21.065 US-Dollar und 20.560 US-Dollar. Klar, 500 US-Dollar-Range ist jetzt nicht klein, aber darauf auf jeden Fall heute mal den Blick werfen. Aber ganz ehrlich, ich gehe eher davon aus, dass wir nochmal so ein kleines Fake-Out eben nach oben hin sehen, um nochmal die Liquidität hier oben abzugrasen. Da ist zwar nicht mehr viel, was wir hier unten sehen, trotzdem vielleicht nochmal die Chance geben, bis hier hoch zu gehen und dann erstmal die Reise, wie wir es eben eingezeichnet haben, bis 18.200, 18.300, 18.500. Irgendwo die Region da unten. Werde ich mich dann wahrscheinlich sehr, oder sehr wahrscheinlich wieder long positionieren. Aber momentan erst einmal die Füße stillhalten, nicht überhastet in irgendwelche Positionen reingehen. Wir haben genug Vektoren nach unten hin zu füllen. Das ist klar, trotzdem das Risiko, jetzt einfach in solche grünen Candles wieder reinzuschorten. Und das war auch der Fehler, den ich euch angetan habe im Endeffekt. Die letzten Tage mit hier im Golden Pocket Short, obwohl wir so einen riesengrünen Dildo hatten. Dafür nochmal riesen sorry. Und deswegen will ich den gleichen Fehler jetzt nicht einfach nochmal machen. Ansonsten blicken wir rüber zu Ethereum. Auch hier wenig Veränderung, aber sehr, sehr interessant. Wir gucken hier mal Bybit-Chart 1.644. Wir blicken auf den Bing-X-Chart, wo sind wir hier gelandet? 1.601. Das sind 40 Dollar Unterschied. Und wenn ich euch jetzt ein Setup reinstelle, mit sagt, okay, über dem letzten Hoch, Short-Position, und dann Stop-Loss hier oben 1.680, dann kann es sein, dass ihr bei Bybit einfach ausgestoppt werdet. Und das ist halt jetzt momentan ein bisschen das Risiko, und das ist halt auch das generelle Risiko bei solchen Riesenbewegungen, dass wir verschiedene Kursschwankungen haben. Und ich finde, bei Ethereum, 40 Dollar ist eine Hütte. 40 Dollar können wir uns mal ganz kurz prozentual angucken von diesem Hoch bis 1.642 sind es 2,6%. Das ist Risk, was man einplanen muss, wenn man jetzt bei Bybit-Trade, da ist das Risiko einfach ehrlich gesagt zu hoch. Deswegen Binance, Bing-X, Bing-X mit Binance gekoppelt und gleicht auch Kurse, glaube ich, mit KuCoin und noch einer Börse ab. Also gerne, wer Bock hat, zu Bing-X zu wechseln, Link unten in der Videobeschreibung, würde mich freuen. Und ansonsten, wie gesagt, hat sich auch hier wenig im Chart verändert. Klar, hier haben wir noch einen größeren WIC, das gefällt mir ehrlich gesagt besser. 1-Stunden-Time-Frame sieht man auch ganz gut. Das spricht natürlich auch hier dafür, dass wir nochmal eine Bewegung nach oben hinkriegen in die 1.600-US-Dollar-Marke und dann wirklich Gegenbewegung mindestens mal Richtung 1.450-US-Dollar, wenn nicht sogar 1.350-US-Dollar gehen. Das sind jetzt momentan so die Szenarien, die ich ein bisschen im Kopf habe. Trotzdem, Short-Setups will ich mich ehrlich gesagt noch ein bisschen zurückhalten. Wir können aber auch hier mal so das grobe Szenario sehen von dieser gesamten Bewegung. Wo wäre der Zielbereich? Passt auch ganz gut, 1.340, 1.328. Das wäre das Golden Pocket, würde hier diese ehemalige Range, wo wir viel, viel Widerstand hatten, zu Support bringen. Deswegen, das mal im Auge behalten für die nächsten Tage. Schauen wir uns dann auf jeden Fall morgen früh, beziehungsweise die nächsten Tage nochmal genauer an. Und ja, mehr hat sich eigentlich auch hier nicht getan. Würde hier natürlich ein schönes Doppeltop bei Ethereum bedeuten. Aber wie gesagt, nicht zu früh freuen. Dann gucken wir noch ganz kurz die News an. Krypto.com baut 20% der Stellen ab. Die nächste Exchange oder der nächste Tech-Wert, kann man ja schon ganz ehrlich sagen, der Leute entlässt, gehört ja mittlerweile wirklich gang und gäbe dazu, die Leute zu entlassen. Bis auf Binance. Binance hat, glaube ich, sogar wieder oder will wieder 20% mehr einstellen. Also da sieht man schon so, okay, wie sind die Börsen aufgestellt. Not your keys, not your coins. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und dann gab es auch noch bei Nexo, Razzia bei angeschlagenen Kryptokreditgeber Nexo. Nutzen ja, glaube ich, auch viele, ja, Leute, nutzt es nur, wenn ihr bereit seid, es auch zu verlieren. Also momentan würde ich nur das Nötigste draufhaben, was ihr zum Traden braucht. Und das war es dann auch. Gut, und damit war es das auch von meiner Seite. Wir hören uns wahrscheinlich später nochmal zu einem kleinen Altcoin-Update-Video. Das war es von mir. Ich würde sagen, bis später. Like da lassen, Abo da lassen. Und ja, Telegram Talk und Signalgruppe reinschauen, würde ich mich freuen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.